Ja, heute am 1. Mai 2021 habe ich hier einen wunderschönen Vorgarten, einer der schönsten, den ich hier in Hildesheim gesehen habe, sehr liebevoll bepflanzt. Jetzt mit den Tulpen. Ja, der Mai ist gekommen. Ein wunderschöner Vorgarten. Hier kommen auch die Bienen und Schmetterlinge. Mein üblicher Spruch. Aber hier kommen sie wirklich, werden schon von den Farben angesprochen und hierher geleitet. Und ich will nicht. Ich will nicht. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Wunderschön WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.